scheiß rechte maustaste funktioniert immer wieder nicht schaffte zunge rechte maustaste schon wieder spieler uman ja da renne ich auch gar nicht rein so schnell die möglichen so ja 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 um der bergmann sicherlich nicht lenkt und alles von ihm Los, los, los! Lauf lieber davon, Tommy! Er braucht Hilfe! Er wurde getroffen! Los, 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 los! Range, 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 range! Los, los, los! Ah, nimm, fang, los! Ah, los, los! Okay, so komm ich nicht rüber. Da war ne. Der ist schick abgürzender gewesen. Oh, Adams, du standst mir, also du kamst da so überraschend. So, drei Dinger sind übrig. Wo sind wir denn hin? Da kommt der Akamiker. Ja. Na, bei mir bleiben! Okay, ich komme mit! Moment! Jetzt schließt eine weitere Grabenlinie am nächsten ab. Durchqueren Sie das Tal und gelangen Sie schnell in diese Gräben. Benutzen Sie die Panzer als Deckung! Ja, dann soll der Panzer losfahren. Okay, der Panzer ist ausgestaltet. Ich sehe einfach gar nichts. Und jetzt primet hier alles. Ich muss einfach den Panzer einfach her. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Und jetzt kommt der Panzer aus. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Und sie geht nicht amorysten. Also, das ist also unter dem Land. Ich habe ein Widerspruch. Ich danke fürs Treppen. Ich würde es überraschend sein. Ich würde es überraschend machen. Dann kannst du die Widerstand. Dann muss ich auf die andere Seite. Ich muss da also hin. Ah, komm mal. So, nur noch eingeschütztes übrig. Sanitäter! Ich hab einen! Ich hab einen! Wir sehen uns in der Hölle! Wir sehen uns in der Hölle! Alter, zieh die Pratze! Abwehrstellung aus! Neu gruppieren! Wir müssen diese Kasernen sichern! Okay, warte, warte, warte! Ich bin direkt dahinter! Er braucht Hilfe! Er wurde geworfen! Er hat den Angriff! Bitte komm! Ich bin direkt dahinter! Er braucht Hilfe! Er wurde geworfen! Ein, der ist gut! Gut, hier ist nichts! Hey, meine Waffe ist leer! Lade nach! Deutsche! Diese Gebäude sind der Semmelpunkt! Oben im obersten Stock! Hören diese Gebäude! Luft auf uns! Werfen eine Granate! Ich hab mich auf ihn erwischt! Ich hab mich auf ihn erwischt! Ich hab mich auf ihn erwischt! Wir haben ihn sind keine Kommunikation! Das ist Außenpassung ein! Das wird wahrscheinlich der sein! Ich hab mich auf ihn erwischt! Na verdammt! Ich wollte keine Granate werden! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Zeit ab Boden! Zeit ab Boden! Tja! Ah! Oh! 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 Kiew und Mortys Jungs, dass wir den Sammelpunkt gesichert haben! Hab ich gefunden! Verdammt gute Arbeit, Sarge, Namys! Wenn wir so weitermachen, sind wir gegen Ende der Woche in Topo! Gut gemacht, Jungs! Ihr habt Ihnen gerade eine Lektion erteilt! Gut! War's was? Ziel erfüllt! Ziel erfüllt! Sehr schön! Es ist besser auf die Hüse zu sterben, als auf Kien zu leben! 6. November Nach monatenlangem Rückzug haben wir den Deutschen General und seinen Afrika Korps endlich bei El Alamein Für Sie! Der Wüstenfuchs hat den Schwanz eingezogen und Monti will ihn unbedingt bis zum Tode jagen Nur ein paar Meilen für Westlichen von El Alamein Sitzen ein paar Feinde in der Stadt namens El Daba fest! Danke! Äh, ne! Dank unserer bisherigen Leistungen Hier haben wir es uns verdient, sie aus dieser Stadt zu vertreiben Äh, dieser Stadt vertreiben zu dürfen! So! Ah, das Ende des Anfangs! Schön! 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 Vielen Dank! So! okay! Was? 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 So, immer schön festnageln! Hm, ok! Feierbasis, Gabe! Dann mit Monika Atrialieszki achtenmechten... Nein, doch, das ist viel üblich. Ich krieg doch herkömmlich. Wollte schon sein, bin ich erwischt. Aber ich hab ne Scharfschutzgewehr nicht mehr. Granate, Granate. Jetzt steht noch eine von hier. So, ne? Oh Gott, ich hab mal einen. Ich habe gerade auf Versehen meinen eigenen Kameraden geführt. Geht wohl nur durch dieses Gebäude. Geht wohl nur durch dieses Gebäude. Oh mein Gott. Oh ja! Oh mein Gott! Oh nein, Gott. Oh, was ist das? Ich könnte sehen, wie wir Leute weiterfahren. Oh. Das ist wohl genau. Du wirklich mit dem Blut. Das ist ein Leber. Das ist ein Leber. Hier geht's mal! Das ist ein Leber. Der KiKA. Der KiKA. Der KiKA. Feindliche Truppen! Bleib 88er! Öffnig von uns! Mit Willkommen! Okay, ich komme mit! Auf Granaten auswerfen! Jawoll! Oh, da kommt ich nicht mehr um. Ausflug! 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 Wir haben schon gesehen, dass ich alle hier rumkommen. Mann, sterb doch. Mach mal deine Waffe, danke.